Hallo zusammen, willkommen zurück. Heute wollen wir wieder mal mit Kotlin Minecraft Plugins schreiben und ja, dazu werden wir wieder Bucket benutzen und ein Event benutzen, um Spieler zu grüßen, die gerade neu auf den Server kommen. Das ist sehr, sehr einfach, hört sich auch sehr, sehr einfach an, ist auch wirklich nicht viel Arbeit, aber wir wollen ein bisschen entspannen und so langsam reinkommen, okay? Wir werden langsam komplexer werden und ja, wir machen als allererstes mal folgendes, wir brauchen nämlich dazu Events, denn Events sind irgendwas, das den Server benachrichtigt. Da ist passiert irgendwas, also zum Beispiel jemand fällt einen Baum oder jemand joint eben auf den Server, das heißt jemand tritt dem Spiel bei und dann können wir Dinge ausführen. Wir können auch natürlich Dinge regelmäßig ausführen, also zum Beispiel alle zwei Sekunden, alle drei Sekunden, alle vier und so weiter und so fort, das geht auch. Aber wir wollen das Ganze eher eventbasiert halten, das heißt wir sagen hier, okay, es soll was passieren, wenn etwas passiert ist und in diesem Fall ist es eben, wenn ein Spieler dem Spiel beitritt. Das heißt als allererstes machen wir hier einen, wir fangen einfach mal an, und zwar sagen wir hier eine Funktion. In diesem Fall solltet ihr schon wissen, was Funktionen sind, ja, dazu bitte mal in meine Kotlin Reihe reingucken, da erkläre ich das wirklich sehr ausführlich. Und wir nennen das jetzt hier Join Event, das könnt ihr so nennen, wie ihr wollt, also das hier ist nur ein Beispielname, könnt ihr machen, was ihr wollt damit. Könnt auch Hahahaha oder Hans-Peter das Ganze nennen, aber ich würde euch empfehlen Namen zu verwenden, die man sich auch gut merken kann. So, und dann haben wir hier ein Event vom Typ Player, Player, Join Event. So, und das wird rot markiert erstmal, werden wir gleich sehen, was wir dagegen machen. Und zwar sagen wir nämlich hier einfach, okay, wir wollen das selbstverständlich importieren. Das heißt, wir kriegen hier das Player Join Event rein. Und das muss auch das org.bucket.event.player.playerJoinEvent sein, ja. Das hat einen furchtbaren Namen, aber genau dieses Event ist gemeint. Und jetzt müssen wir dem noch sagen, dass diese Funktion hier irgendwas mit Events zu tun hat, dass die die verarbeiten soll. Das machen wir mit Event Händlern und markieren da quasi einfach, okay, diese Funktion hier, das ist eine Funktion, also dieses Public Fun definiert eine Funktion, ja. Die verarbeitet ein Event und zwar den Player Join Event. So, und dann können wir hier drinnen einfach sagen, was passieren soll. Und in diesem Fall sagen wir eigentlich nur, hey, wir grüßen dich mal, ja. Das heißt, wir sagen Event.player, da drüber greifen wir quasi auf den Spieler zu, weil in dem Event ist der Spieler gespeichert, ne. Und dem schicken wir jetzt eine Nachricht. Das heißt, wir sagen Send Message. So, und ihr seht schon, was man da noch alles machen kann. Das ist super mächtig, aber ja, es ist sehr, sehr mächtig. Und wir werden da natürlich uns noch weiter reinkriechen, aber wie gesagt, wir fangen langsam an. Okay, und hier sagen wir einfach Hello from Kotlin oder auch auf Deutsch Hallo von Kotlin. Ausrufezeichen oder was auch immer ihr machen wollt. So, und genau das ist eigentlich schon alles, was ihr hier braucht. Achtet auch darauf, dass ihr den Code so habt, wie ich ihn jetzt habe. Und dann können wir hier auch tatsächlich das ganze Ding wieder mal bauen. Ja, das machen wir wieder mit dem Gradle-W-Shallow-Jar, beziehungsweise Gradle-W.bud. Ja, ich habe es euch ja letztes Video gezeigt. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was ich meine, letztes Video hat da eigentlich alle Antworten dazu. Und dann filmen wir das aus. Dauert ganz kurz. Und das können wir jetzt auch eigentlich schon übernehmen. Beziehungsweise eine Kleinigkeit habe ich noch vergessen. Und zwar müssen wir auch noch Kotlin sagen, beziehungsweise dem Plug-in sagen, dass es bitte hier auch auf diesen Event reagieren soll. Das macht das nicht automatisch leider. Das müssten wir einfach nur kurz angeben. Und dazu gehen wir hier auf die OnEnable-Funktion wieder mal. Deswegen haben wir die das letzte Mal gebraucht. Und dieses Plug-in geladen, das funktioniert eigentlich auch nicht richtig. Das war einfach nur, dass wir quasi Code drin haben. Was wir allerdings machen wollen ist, wir wollen jetzt hier drin sagen, okay, wir holen uns den Plug-in-Manager. Plug-in-Manager. Und dem sagen wir jetzt, also der verwaltet quasi das ganze Plug-in, ja. Und jetzt sagen wir dem Plug-in-Manager, der von quasi Minecraft einfach die ganzen Events an eure Plug-ins sagt oder weitergibt, sagen wir jetzt, okay, bitte gib uns doch diesen Event hier weiter. Und wir registrieren alle Events, die wir hier definiert haben, ja. Das heißt, wir sagen, wir wollen bitte, dass dieses Player-Join-Event einfach ausgelöst wird. Und zwar wollen wir das hier haben. Deswegen brauchen wir auch dieses Listener hier. Ansonsten wird da Events, Plural. Achtet darauf, dass ihr hier auch Events drin stehen habt, sonst funktioniert das nicht. Und ohne Listener funktioniert das ganze Ding auch nicht, ja. Das heißt, wir sagen jetzt quasi den Plug-in von, oder quasi Minecraft sagen wir, hey, uns interessiert dieses Player-Join-Event, gib das uns doch mal bitte, ja. Und dann kriegen wir eben hier die Möglichkeit, diese Funktion hier auszuführen und eben dann auch diese Nachricht hier zu schicken. So, jetzt müssen wir das nochmal ganz kurz ausführen, weil ich doof bin und das vergessen hatte. Es tut mir leid. So, und dann haben wir eigentlich schon wieder alles, was wir brauchen. Wir gehen unter die Lips wieder mal. Also öffnet den Ordner unter Kotlin von Minecraft Build, ja. Dieser Build-Ordner hier in eurem Explorer, Lips. Und dann diese Jar-Datei kopieren. Und anschließend fügen wir die in unseren Server ein. Das heißt, da, wo wir quasi diese Spigot-Datei haben, die Build-Tools haben, unter Plug-ins dort einfach rein. Den wollen wir natürlich ersetzen. Das ist das alte Plug-in von letztem Mal, das nichts getan hat, einfach nur da war, ja. Und dann müssen wir natürlich den Server wieder neu starten. Also das heißt, erst den Server, falls ihr einen offen habt, schließen. Und dann einfach nochmal starten. Und das dauert jetzt natürlich ein kleines bisschen wieder. Das heißt, das schneide ich wieder raus. So, Server läuft wieder. Wir switchen auf den Minecraft Launcher. Das heißt, da, wo man noch tatsächlich spielen kann. Und wir gehen rein in das Spiel, in unseren Server rein. Also ich glaube, das habe ich jetzt schon genug gezeigt. Und wir sehen hier die Chat-Nachricht, die wir hier extra sehen können. Hallo von Kotlin. Das ist das, was wir gerade reingeschrieben haben. Wir haben sozusagen unser erstes Plug-in geschrieben, das auch tatsächlich etwas für uns tut. Selbstverständlich ist das nicht alles und es ist gerade Nacht. Ich habe wahrscheinlich gleich ein Problem. Aber selbstverständlich ist das nicht alles, was man da tun kann, sondern man kann auch sehr viel mehr machen. Und ja, das wollen wir jetzt nach und nach immer ein bisschen cooler machen. Aber aktuell war das, glaube ich, mal so ein guter Anfang. Und ja, jetzt, ihr seht, das erste Video war das schwerste. Jetzt geht es langsam bergauf, okay? Und ja, wir hören uns schon wieder beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dann. Ciao.